Warte, vielleicht können wir jetzt doch noch mal die Macaroni machen. Einfach so, wenn wir es sonst verpassen vielleicht. Okay, zwei Minuten. Freie! Bier! Jenny, ein Bier kannst du dir auch selber holen. Ich bin nicht ein Butler? Fragezeichen. Pizza Arcade. Nice! Bestes Spiel des Tages, Chris. 43 Punkte, Hell, 21, Shayla, 20, Justin, 13, Stan, 11, Kyle, 5. Hört sich irgendwie cool an Pizza Arcade. Hier kommt der Shark Stinger. Was nicht das? Oh, der Shark Stinger ist für die Vierge. Oh, der Shark Stinger ist für die Vierge. Look out! Hier kommt der Schmerz. Ah! That pedestrian better get out of the way! Eingreifen. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us! Yes! You'll never run over anybody again. Yes. Genau so und nicht anders. Okay, was haben wir sonst noch so alles? Basketball, haben wir alles schon angesehen? Was? Komikstefferties. Ah! Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Captain Spirit! I can feel the energy flow through me. I have the power! Sieht schon viel besser aus. One more piece and I'm almost done. I could take over the town with this army. Or the world. Terrible. Eine Wasserpistole. Mmm, chocolate. Thanks, Claire. Das geht immer. Schokoladenadventskalender. Geez! Good job, chocolate dog. Wahrscheinlich alles schon leergefressen. Dad took away my firecrackers, when I blew up the garbage can last year. Hmm. I wonder where you hit them. Hmm. What kind of a Viking would I be? Ralph the Viking. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. This isn't greedy. Right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Near Santa Claus. Ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Hot Dog Adventures. Playbox. Yes. Die bekommen wir schon mal. Playbox. Konsole. Schwarz. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich das Spiel. Und das ist die Konsole. Ja gut, bekommen wir zumindest die Konsole. Zeichen, Papier und Stifte. Farbig durchgestrichen. Basketball Unterricht. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Was ist denn durchgestrichen? Äh. Kann man nicht lesen. Was ist denn? Dad sagte, er würde das letzte Monat fixieren. Äh. Right. Ja gut, jetzt muss er sie ja nicht mehr reparieren. Only my brain waves can activate the monitor. Was für ein Monitor. Only my brain waves can activate the monitor. Eine riesen Kiste. Und das 2015? Oder 2017? Hm. Yes. Ja, wird wohl schon reichen. Okay, das Kostüm haben wir. Halbfestig. Super Schurken im Augen behalten. Ich glaube hier drin gibt's jetzt nichts anderes mehr. Die Macaroni sind fertig. Äh. Okay, dann halt nicht. Äh. Okay, dann halt nicht. I hate that beer can smell. Oh no, da gab's noch die Wäsche, die wir machen können. Okay, gut, der geht nicht raus. Hat jetzt viel gebraucht, ne. Okay. Ach so, okay, ja, schon. Die ist schon dran. Oh, Gott. I hate going in there. Das wirst du schon überleben, komm. Ja gut. Dann könnt ihr auch zuerst das Licht anmachen. Okay. Oh no. Du. Der Wasserfresser war's, glaube ich. Oder? Der Wasserfresser war's. Oh no. Fantasien von Kindern sind schon eindrückend. Komm. Super. Power. Go. Oh no. Sieht doch schon viel freundlicher aus. Der Wasserfresser ist der Boiler. Gut. Gut. Haben wir gemacht. Nice. Abgehakt. Okay, die Sachen werden abgehakt. Und wenn man sie... Das war nicht zu hart. Was? Ich habe das Wasserfresser. Yes. Wenn du die Aufgaben abschließt, erscheint das Logo CS. Wir haben diese Tür nie in der Winter benutzt, wegen der Schnee. Ah, okay. Hier kommen wir gar nicht raus. Die Macaroni können wir auch nicht geben. Die, die, die geben. Okay, gut. Doof. I hate seeing him like this. Nein, der schläft ja schon. Ah, jetzt können wir sein Buch anschauen. Dad loves his Dad Notebooks. Ja. Gut. Lesen möchtest du nicht. Warum muss er das trinken, wenn es ihn nur verrückt macht? Müsste man gleich ausschütten. Na, ich weck ihn noch nicht. Jetzt hörst du mal schauen, was draußen so los ist. Und der Winter ist halt schon echt die schönste Jahreszeit. Und man mich fragt zumindest. Ich weiss, viele hassen Winter. Ich weiss, viele hassen Winter. Aber ich mein, schaut es euch doch nicht einfach mal an. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich habe zuerst an die Perch gedacht. Falls das jemand kennt. Ähm. Hätte ich jetzt irgendwie äh. Strange gefunden. Und das ist ja cool. Wir reden lassen. Spuren. Nice. Oh, ich kann das nutzen, um etwas cooles Armour zu machen. Okay. Oha. Ja, sicherlich irgendwann. Da sind Briefe. Ich hoffe, Dad wird nicht in Trouble wegen mir. BZSA, Beaver Creek Sozialamt. Das ist der 29. November 2018. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich bin Dr. Tamra Fallmann vom Beaver Creek Sozialamt. BZSA. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüssen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in ihrer öffentlichen Behörde in 2775 Water Street erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte unser Büro unter 556. Carrie, können wir vielleicht jetzt anrufen? Mit freundlichen Grüssen, Tamra Fallmann, MSW. BZSA. Vielleicht können wir die jetzt anrufen? Okay, irgendwas fehlt noch beim Kostüm. Danke fürs Avatarate. Bald ist eine Koaliere.